Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, ich gebe es zu, es hat sich mittlerweile zu einem meiner Lieblingsspiele gemausert. Oma sitzt wieder im Bett und ich vermute, ehrlich gesagt, auch, dass sie nicht mehr daraus ausstehen wird, so wie das Ganze hier sich entwickelt hat. Ja, habe ich, habe ich, Oma, habe ich. Ähm, ich muss aber mal kurz gucken, Moment, also, den Geisterflammentrank, dafür brauchen wir noch Kupfer, soweit ich weiß. Kann man das hier, ähm, ach so, oder muss ich unten noch den einen Tisch auch noch machen, da muss ich noch mal kurz nachgucken. Ähm, ran an den Schuppen hatten wir komplett, genau, mit ihm konnten wir nur noch nicht sprechen, weil wir, glaube ich, Sonntag hatten. Und die Hühner, ne, ran an den Schuppen, das war der Werkzeugschuppen. Wir wollten die Hühner machen, genau. Ich bin hier jetzt gerade schon komplett, ich habe gerade schon Panik bekommen, dass ich jetzt hier irgendetwas falsch gemacht habe. So, dann brauchten wir für den Trank nämlich Kupferessenz. Dafür brauchten wir diese Destillate, die hatten wir aber schon gebaut, genau, perfekt. Äh, ne, Moment, das ist gar nicht die Destillate, was rede ich denn hier für ein Quatsch, die müssen wir noch bauen. Destille, auch gut. Ähm, okay, ein bisschen Holz, das kann man ja zur Not immer noch holen, aber wir brauchen auch noch einen Kupferbarren zusätzlich, okay. Okay, dann ist unser heutiges Ziel auf jeden Fall Kupfer. So, der scheint noch nicht fertig zu sein. Ach, hier habe ich noch gar nichts reingemacht. Ich glaube, ich wollte Weizen holen, ne, ja, genau. Wir wollten noch Weizen kaufen. Gut, dann müssen wir erstmal hier gießen. Und dann hoffen, dass ich daran denke, dass ich noch Weizen kaufen wollte. So. Hier ist noch nicht fertig. Nee, noch zwölf Stunden, okay. Kitty ist da. Kitty, nicht weglaufen. Ich muss dich gleich streicheln. Jetzt lauf nach oben. Füll das wieder auf. Schnell. Juhu, Kitty. Oh, what a good pearl. Ja. Die ist so niedlich. Ach so, ich muss hier wieder raus. Ich schaue nochmal eben oben, ob ich noch irgendwas da einsammeln kann. Doch, ein Pilz ist noch da. Den nehmen wir natürlich auch direkt mal mit. So. Übrigens würde ich gerne auf diesem Wege eine kleine Diskussion führen. Ich werde das auch, ich denke mal, heute noch bei mir posten. Und zwar bin ich gestern zufälligerweise auf einen Channel gekommen. Ich habe zwar nach was komplett anderem gesucht. Also angefangen habe ich meine Suche bei, also nicht bei, sondern meine Suche ging anfangs ums Zeichnen, weil ich halt mega gerne zeichne. Und eigentlich auch vorhatte, es mal zu versuchen, eigene, ja wie soll ich das sagen, eigene Bildchen, die so ein bisschen nach mir aussehen. Also sprich pinkes Haar und verschiedene, ähm, verschiedene Aktionen wie freuen oder auf dem Controller spielen. Und das sieht halt so ein bisschen fummelig aus, mit Zunge raus oder sowas in der Art. Ne, so diese typischen, ja ich weiß nicht, ob man das jetzt Karikaturen nennt. Also es soll schon, ich kann es jetzt schwer beschreiben. Ich könnte jetzt in Bildern sprechen, wie es aussehen soll. Aber ich denke, ihr wisst so in etwa, was ich meine. Halt, mit dir müssen wir auch noch sprechen. Moment, ich spreche den schon mal an, damit ich hier mal kurz weiterreden kann. Ähm, solche Sachen wollte ich auch noch da drauf machen. Und darüber bin ich dann auf ein Video gekommen, wo derjenige behauptet hat, dass, äh, ja, sozusagen das Gameplay der Zukunft nicht mehr Let's Plays wären, sondern einfach nur noch Spiele, die man so kurz wie möglich zusammenfasst. Also wenn man jetzt ein 40-Stunden-Spiel hat, ich sag jetzt mal Uncharted beispielsweise, dann sollte man das Ganze in höchstens 20 Minuten zusammenfassen. Die lustigsten Szenen im Endeffekt, äh, da reinschneiden und ansonsten gar nichts veröffentlichen. Jetzt meine Frage an euch. Und wie gesagt, ich werde es auch noch mal in, ähm, also noch mal per Text reinstellen. Wie seht ihr das? Findet ihr das genauso? Findet ihr das vielleicht sogar als, also empfindet ihr das vielleicht sogar als langweilig, Let's Plays an sich anzugucken? Meine Meinung nach ist es ja so, man guckt sich ein Let's Play an, weil man wissen will, wie ist das Spiel oder vielleicht auch mal wissen will, wie komme ich da weiter und so weiter. Ähm, wo hätte ich vielleicht noch besser drauf achten können oder was hat der andere vielleicht besser gemacht, was ich in Zukunft besser machen könnte, sowas auf der Art. Das ist der Grund, weshalb ich mir ein Let's Play anschaue. Das und das ein oder andere Let's Play auch, weil da draufsteht, dass es halt nur für die Playstation ist und niemals im Leben jemals auf dem PC kommt. Wobei ich das nur bei einem Let's Play, glaube ich, bisher gemacht habe. Ne, bei zwei Let's Plays. Das eine habe ich nicht ganz geguckt, weil es dann doch irgendwann hieß, dass es auf dem PC noch rauskommt. Und das andere habe ich angefangen zu gucken und habe dann festgestellt, dass es dann doch irgendwann mal rauskommen soll. Habe dann festgestellt, es kommt dieses Jahr noch raus übrigens. Ja, also unschwer zu erraten, das ist natürlich The Last of Us. Also ich habe nur den Anfang davon gesehen, ich habe nicht so viel gesehen. Ich hatte dann mal zwischendurch ein bisschen reingeklickt, ob das Spiel was für mich wäre, sollte es denn doch mal auf PC rauskommen. Aber viel habe ich halt nicht gesehen. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht, ob ihr lieber komplette Let's Plays ansieht oder ob ihr lieber, ja, Zusammenschnitte haben möchtet. Also beispielsweise hiervon könnte man das vielleicht noch hinkriegen, dass man nicht mit jedem einzeln redet, sondern nur so diese Highlights, sage ich jetzt mal, mit reinmacht. Aber, also ich persönlich, so Sachen wie Uncharted oder so, dann brauche ich ja nur noch die Videosequenzen da reinzumachen, weil, ne, dann fällt das ganze Gameplay ja quasi raus, wenn man es irgendwie zusammenschneiden muss. Ist meine Meinung. Aber dieser YouTuber hat es halt so gesagt und ich bin echt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, das hast du schon mal gesagt, Thomas. Ist aber nicht schlimm, weil so leveln wir dich natürlich auch. So, gut, dass ich zu ihm gelaufen bin, weil der Sack wollte schon wieder abhauen hier. Okay. So, angeln könnte ich, aber ich will natürlich nicht angeln, aber wenn wir schon mal hier unten sind. Okay, Blaubeeren kann ich noch nicht holen. Mich interessiert es wirklich, wann ich diesen blöden Leuchtturm da oben endlich mal machen kann. Muscheln scheine ich hier jetzt nicht zu finden, war ja wieder klar. Hey, Thomas, lang nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Der hält wenigstens an. Alle anderen laufen irgendwie weg, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht, das muss an meiner tollen Persönlichkeit liegen. Ähm, ich schaue hier unten nochmal kurz nach, ob wir hier noch irgendwas vom Strand eventuell mitnehmen können. Da hinten nicht. Ah, ein paar Algen. Das ist zwar nicht so viel, aber es ist trotzdem gut. Es ist trotzdem schon mal was. Ach so, mit dem Ranger könnten wir auch noch sprechen da oben, ne? Angus ist schlappig aus, weil seine Familie nicht nach der Wedde. Also, ich habe sogar noch nicht geholfen. Meine Frau und Eltern werden nicht kommen, wenn ich nicht geholfen habe, mein Bruder. Und das ist nicht passiert. You know, mein Vater und Grandma hatten zu sehen uns für die erste Mal in ages an meiner Wedde. Dann hat es nicht passiert. Aber mein Vater hat sich geholfen, aber jetzt bin ich hier. Ich verstehe, was du sagst, aber ich will nicht meine Wedde zu werden von meinem Bruder's Drama. Just this once, I want something, that's just for me. And Angus too, of course. Na, ich weiß nicht. Da ist vielleicht der Gedanke höher dabei, dass es nur um ihn gehen soll. Nein, ich glaube ihm das jetzt einfach mal, so wie er das sagt. Ähm, uh, noch eine Muschel. Die sind ja doch ein bisschen seltener. Ach so, Moment, ich wollte ja nochmal kurz zu diesem, zu dieser Ranch gehen. Ich weiß nur nicht, ob der Typ da ist. Oh. Erstmal überall hängenbleiben. Doch, der ist da. Hallo, ich lasse mal alle deine Tiere frei. Kann man die eigentlich streicheln? Nö. Man kann aber locker hindurchlaufen. Ja, kein Thema. Geht das auch bei den anderen? Ja, super Tiere. Geil. Mit Tarnmodus. Ja, ähm, wie war das jetzt mit den Eiern? Ach so, das war eine Hühnerstelle. Okay. Ja, ja, ja. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, dann schauen wir auch mal eben. Oh Gott, die brauchen jetzt auch noch Hühnerfutter. Das Heu ist wahrscheinlich nicht für die Hühner, nehme ich mal an. Das ist wahrscheinlich eher für die anderen Tiere. Oh. Oh, man kann auch kleine Kälbchen kaufen. Oh, ich liebe dieses Spiel. Oh. Ist das geil. Man kann quasi alles kaufen, denke ich mal, was man da vorsieht. Oh, ist das süß. Was aber scheiße ist, ich brauche dann schon wieder neue, ähm, gilt ja schon als Fluchwort übrigens. Nicht, dass ich dafür jetzt gebannt werde, weil YouTube ja die Richtung, äh, die, die, ähm, na, die, wie nennen die Dinger sich jetzt? Die Sätze hier von YouTube, die Richtlinien, so, ähm, haben die ja geändert. Deswegen, ähm, ja. Aber bisher bin ich noch nicht gestrikt worden, egal was ich gesagt habe. Also ich hoffe, das bleibt jetzt erstmal so. Hallo. Hm, naja. Ähm. Moment, wie war das jetzt? Wir haben Kupfer, oder? Wir haben jetzt genauso viel Kupfer, aber haben wir noch nicht hergestellt. Ja, ist richtig. Äh, dass wir theoretischerweise, hoffe ich zumindest, die Spitzhacke holen können. Ich bin gerade am überlegen. Doch, die Holzfäller-Axt haben wir ja schon geholt. Wir brauchen die Spitzhacke. Genau. Das hätten wir auch mit Silber machen. Achso, mit Silber. Ähm. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie wir unsere... Doch, dann ist die raus, oder? Wenn man die kauft, kann das sein? Nein, wir brauchen drei dafür. Wollt ihr nicht essen? Also wir brauchen... Ich gehe raus. Wir brauchen auf jeden Fall noch ganz viel Kupfer. Da müssen wir dann doch nochmal ein bisschen länger heute in die Mine gehen. So, die sind mal wieder nicht da. Du bist da, dich kann ich noch direkt mitnehmen. Moment. Ja, den Spruch. Ja, aber was das jetzt mit Backen zu tun hat. Ich meine ja, Liebe zum Backen, aber naja. Das nervt mich immer noch so ein bisschen, dass so oft die gleichen Sätze von den gleichen Leuten kommen. Aber gut, ich meine, Hauptsache, sie werden dadurch gelevelt. Us not having a school bus like the kids on TV means I missing out on some prime pranking opportunities. Der wird erwachsen, kleiner. Hmm, das habe ich mir auch gerade gedacht. Dann lebt die nicht in Deutschland. So, und sie noch. Es ist schön, dich zu besuchen, aber ich brauche wirklich, dass ich meine Übungen zurückgekommen muss. Tja? Dann geh doch in deinen blöden Unterricht zurück. So, wir gehen jetzt zur Werkstatt. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Wir müssen einen Hühnerstall aufbauen. Oh, ich habe gerade schon gedacht, weil ich links die Dinger gesehen habe, dass der zu hat. Äh, was ist mit Sophia? Wie, was ist mit Sophia? Aber wir müssen trotzdem nochmal mit dir reden. Also ich bin ganz ehrlich, ich mache lieber eine halbe Stunde Sport oder fahre eine Stunde auf dem Heimtrainer, also auf dem Fahrrad oder sowas, als die Treppen zweimal hochzulaufen hier. Ähm, so, wir wollten den Hühnerstall. Tada! Nein! Nein! Ihr könnt mich doch alle mal. Wir werden diese Kuppe aufbauen, kein Problem. Aber du musst alle Tren und Röcke ausbauen, aus der Umgebung, in der ich ausbauen habe. Entstanden? Kommt zurück und lass mich wissen, wann du alle Tren und Röcke ausbauen hast. Und dann können wir Gespräche sprechen. Ich mag dich ab heute nicht mehr. Na gut, ich hätte darüber nachdenken können und, äh, dass, ja gut, ich, ja gut, dass es direkt daneben ist, das wäre irgendwie logisch gewesen. Äh, aber dass sowas kommen musste, war ja wieder klar, weil man sich mal auf irgendwas total gefreut hat. Haben wir eigentlich nur irgendwas zu essen? Wir brauchen ja eine Sache, den Wein und einen Belebungsdrang ist das, glaube ich. Das müsste hoffentlich reichen, um genügend Kupfer zu kriegen, weil ohne Kupfer habe ich natürlich auch keine Möglichkeit, mir die Kupferspitzsacke zu holen. Dementsprechend habe ich auch keine Möglichkeit, um mir hier in diesen abgesteckten Bereich die Sachen wegzumachen. Jetzt muss ich, weil links das Ding hier gebaut wird, wo das sowieso alles frei ist, muss ich jetzt hier alles drin wegräumen. Wollt ihr mich veräppeln? Also von der Logik her ist es irgendwie total schwachsinnig. Es sei denn natürlich, dass da, ähm, der Stall aufgebaut wird, ne, das könnte es vielleicht sein. Und da auf der rechten Seite die Hühner dann eingezäunt werden quasi. So, wir nehmen mal die letzte. So, und hoffen einfach mal auf Kupfer und Schlüssel. Beides zusammen wäre grandios. So, vorher aber nochmal eben gucken. Das ist natürlich super, wenn wir hier noch Steine mitnehmen können. Nein, ja. Gott sei Dank, nein, ja, wechseln. So, wieso haben wir keine... Achso, ja, weil wir jetzt wieder gegossen haben, ne? Also wir haben schon Ausdauer. Natürlich ist der erste Versuch direkt Eisenerz. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger so sein. Das, was man braucht, findet man sicher nicht so schnell. Und natürlich bekommen wir jetzt nur noch Eisenerz, obwohl wir vier Kupfererz brauchen. Was ist denn heute los? Ihr wollt doch nur, dass ich meine Tränke nehme. So, nicht euer Ernst. Ja, ist gut, ist gut. Das geht mir jetzt schon wieder auf die Nerven. So, das nehmen wir jetzt erstmal. Dann den Wein, der war irgendwie wegen Magica oder so, ne? Ja, genau. Ne, hä? Achso, ne, stellt etwas Magie wieder her, kostet aber... Ja, 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 das war das. Das hatte ich mit Magica im Kopf. Oh, endlich war es Kupfer. Hallo? Nochmal Kupfer. Zumindest die Spitzhacke ist schon mal gerettet. Was ist mit dem Pilz, der da hängt? Können wir den auch mitnehmen? Ich brauche trotzdem noch zweimal. Ja, den können wir... Uh! Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet, aber ich habe irgendeinen Pilz auf jeden Fall jetzt gefunden. Erzeugnisse. Shit-Take-Pilz. Okay. Keine Ahnung, wofür wir den brauchen, aber es sieht ziemlich geil... Also, was heißt, es sieht ziemlich geil aus. Es ist ziemlich geil, dass wir den gefunden haben. Nein! Ja, ist gut, Mann. Dann nehme ich halt den Drang. Du hast gewonnen. So. Jetzt aber. Wir brauchen Kupfer. Das ist kein Kupfer. Wir brauchen Kupfer, Mädel. Los! Ich muss vor allen Dingen noch was aufbewahren für die Bäume und so weiter draußen. Deswegen wäre es jetzt wirklich wichtig, wenn wir jetzt Kupfer bekommen würden. Ich laufe jetzt hier einfach mal so nach Gefühl ein bisschen rum. Oh, wie geil. Nachgefühl. So viel dann dazu. Viermal Kupfer. Ich meine, das reicht, dass wir einmal einen Kupferbarren für die Spitzsacke noch machen und einmal einen Kupferbarren für... Weiß ich jetzt gerade... Achso, für den Trank. Genau. Nicht für den Trank, um das Ding aufzustellen, glaube ich, war das. So. Wir werden dazu gezwungen... Aber wir brauchen sowieso Holz. Fangen wir mal mit dem Holz erstmal an. So, und den Rest bitte auch. Genau. Nein. Du sollst das... Du sollst das Holz nehmen. Den Rest können wir gleich immer noch machen. Aber erstmal wichtig ist, dass das Holz erstmal weg ist. So. Beziehungsweise nicht weg ist, sondern dass ich das habe. Okay. Können wir noch einmal? Ja. Oh, gerade noch so. Okay. Aber immerhin haben wir was Holz. Ich meine, das ist ja... So, leider haben wir jetzt noch nicht genug, um jetzt hier weitermachen zu können. Aber wir gehen jetzt mal eben schnell zur Axt, wollte ich gerade sagen. So möchte ich die Dame jetzt nicht betiteln. Nein, wir gehen mal eben schnell zum Städtchen hier zurück. Zur Schmiedin. So. Und dann hoffe ich, dass das jetzt alles funktioniert, so wie ich das haben will. Weil sonst bin ich ganz sauer. So. Einmal eine Spitzhacke bitte. Ach, das sind fünf Holz nur. Das ist aber günstig. Ja, genau. Das ist das, was ich meine. Dann geht die nämlich hier unten raus. Okay. Was ist das eigentlich? Da brauchen wir Eisen für. Ah, okay. Aber die Schaufel werden wir sicher auch noch benötigen, weil wir ja in der Mine noch was schaufeln können. Das heißt... Ähm... Kann ich noch... Ich kann doch bestimmt noch Eisen... Ach, gucke mal. Ach, gucke mal. Eisengießkanne könnte ich dann zwar auch nehmen, aber Schaufel ist natürlich wichtiger. Die nehmen wir auch mal direkt mit. I'm so happy. I'm so happy. Ja. Dann... Bin ich jetzt gerade am überlegen. Nee, Moment. Da müssen wir erstmal wieder zurückgehen. Da brauchten wir ja nur Kupfer einmal und Holz für, ne? Damit wir dieses Ding bauen können. Weil sonst... Destillo, glaube ich, hieß das. Ähm... Sonst vergesse ich das nämlich ehrlich gesagt wieder. Das wäre nicht so günstig. So. Einmal... Genau. 15. Ist auch okay. Ich hätte das eigentlich schon gerne alles... Das ist ein bisschen blöd. Ich will das so drehen. So. Dann. Mal eben gucken. So. Dafür brauchen wir jetzt wieder zweimal Kupfer. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall wieder Kupfer. Aber das können wir zur Not dann auch einen Tag später nochmal holen. Es war jetzt nur wichtig für mich, dass ich das Teil überhaupt schon mal aufbauen konnte. So. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt auf die Schnelle nochmal im Dörfchen uns umschauen, mit wem wir noch reden können, mit wem wir noch leveln können. Oben bin ich komplett bis zum Ende gegangen. Das heißt, wir können hier erstmal die Etage runter gehen. Ist ja mal wieder nicht jeder da. So. Sie ist auch mal wieder nicht da. Aber sie ist da. Genau. Wir wollten noch den Weizen holen, fällt mir gerade ein. So. Bei ihr könnten wir übrigens auch Eier kaufen. Der eine Typ hat ja auch irgendwie was davon erzählt, dass man eine Eier kaufen kann. Ne, man kann nur Hühner kaufen, glaube ich. Keine Eier, ne? 25 ist natürlich nicht gerade wenig. Ne, ich will nicht zwei, ich will einmal kaufen. So. Erstmal zumindest. Da müssen wir mal gucken. Ähm. Haben wir denn irgendwas, was wir verkaufen können, was wir so nicht brauchen? Eigentlich nicht, ne? Na gut, die Beeren. Aber die Beeren, die brauchten wir ja für irgendwas. Was mit Blaubeeren konnten wir doch herstellen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Schon wieder alles so lange her. Ah, Hallöchen. Einfach mal jedes Land besuchen, würde ich sagen. Also so die großen Länder, ne? Afrika. Amerika vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Ach, die sitzt auch schon wieder hier unten. Spanien vielleicht. Ägypten wäre auf jeden Fall ein schönes Reiseziel. Oder wo ich unheimlich gerne hin möchte, ist Irland. At this point I've explored every nook and cranny in this town. Somehow though, surprises still pop up. Wo ist denn der Bruno? Der müsste eigentlich beim Angeln sein, aber da haben wir den eben nicht gesehen. Der rennt bestimmt wieder irgendwo in der Gegend rum. Oder sitzen die? Ne, ist ja montags, ne? Ich wollte gerade sagen, wo da sitzen die jetzt alle hier in der Kapelle? In der Regel sind es nämlich die Leute, die auf Messen gehen, die eben kein Internet haben. Also sprich eher so die ältere Generation. Weil warum sollte ein junger Mensch, sag ich jetzt mal, oder halt in meinem Alter, wobei ich mich auch noch zu den Jüngeren irgendwie dazugehörig fühle, wenn auch nicht zu den Teenies oder so. Also zu den ganz jungen, das jetzt nicht. Warum sollte so jemand in die Messe gehen? Also bin ich ganz ehrlich, nö. Das wird dann auch nicht besser, wenn man das Ganze per Livestream überträgt. Haben wir hier unten an der Ecke noch was? Hier sind so viele Sachen, wo ich jetzt einfach gerne draufhauen würde, ehrlich gesagt. Wegen dem Holz. Komm, lauf ein bisschen schneller. Das triggert mich immer noch so herbe, dass hier überall diese... Ach, da ist er! Darf ich dich stören? Oder soll ich lieber warten, bis du zu Ende geangelt hast? Ach, ich störe dich einfach mal. Ja, das ist doch eine gute Aussage. Wechseln die Dinger hier? Ich habe da noch nie drauf geachtet. Wechseln die eigentlich mal? Hat der immer nur die gleichen Klamotten draußen? Vielleicht ist das auch fake und das sind gar nicht seine Sachen. Deswegen hängt er die nach draußen, dass wenn die mal geklaut werden, das gar nicht so schlimm ist oder so. Wer weiß. Be careful where you put your feet. Oh, no! Is there poison ivy here? Poison? Who's talking about poison? Ah, I mean the forest folk. You mean like bugs? Ah, yeah, yeah. Don't call them that. Okay. Ähm, ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, wir haben ein oder zwei jetzt noch nicht gesehen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. In den Wald gehen brauchen wir nicht. Haben wir letztes Mal schon gemacht. Und ich hoffe, dass wir dann übernächstes Mal in den Wald gehen können. Dass wir dann nochmal zwei Kupfererz gefunden haben. Ansonsten bin ich jetzt gerade am überlegen. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas herstellen können. Ähm, also Fische fangen können wir jetzt im Moment nicht. Aber vielleicht könnten wir noch irgendwie ein Fischstäbchen herstellen oder so. Dass ich zumindest nochmal ein bisschen was machen kann, um frei zu räumen. Dieser Trank, den kriegt man nicht so einfach, glaube ich. Ach so, was ist denn mit dem Trank gewesen? Ich habe mir doch so eine Liste gemacht. Moment, jetzt muss ich selber mal eben schauen. Die Liste habe ich natürlich irgendwo hingelegt. Oder irgendwelche 20.000 Zettel da drüber gelegt. So, dass ich es gerade ehrlich gesagt nicht wieder finde. Ähm, ich werde dann nochmal nachschauen nach dieser Folge. Äh, Omas Trank. Ich weiß nicht mehr, dieser Belebungstrank. Ich weiß nicht mehr, wie gut der war, wenn ich ehrlich bin. So, dafür braucht... Oh, den kann ich sogar noch herstellen. Wir haben wieder Alraune. Sehr geil. Da brauchen wir aber trotzdem acht Stunden. Naja, gut, ich werde jetzt keine acht Stunden warten. Dann nehme ich den lieber für den nächsten Tag. Dass wir da ein bisschen länger in der Mine arbeiten können. Oh, das bin ich gerade überlegen. Das Beste waren natürlich die Cupcakes. Da bräuchten wir aber noch was zu. Und das ist nicht gerade billig. Schokolade. Können wir eigentlich Schokolade herstellen? Nee, ne? Nee, können wir nicht herstellen. Bananenbrot. Ach, da brauchen wir eine Nuss für. Wieso eine Nuss? Das können wir auf jeden Fall auch nicht herstellen. Den könnten wir theoretischerweise herstellen. Aber ich meine, der hätte nicht so viel gebracht. Andererseits bin ich jetzt ganz ehrlich. Wofür sollen wir die sonst noch gebrauchen? Ich stelle mal fünf davon her. So. Ah, da fehlt uns wieder Mehl für. Jetzt habe ich mal einen Fisch dazu. Und wir haben kein Mehl mehr. Aber, Moment, Mehl. War das nicht so, dass wir, genau, dass wir Mehl hier herstellen können? Ach, bin ich gut. Bin ich gut. Deswegen wollte ich ja auch eigentlich mehr Mehl... Äh, Quatsch. Mehr Weizen oben anbauen. Okay, dann schauen wir jetzt noch mal. Fischstäbchen waren das, ne? Was ist denn das überhaupt für ein Fisch? Achso, ein Karpfen. Okay. Stellen wir her. Und eine Makrele. Ich glaube, die war eventuell ziemlich teuer. Ich bin mir nicht sicher, aber... Moment. Hä? Ich habe zwei gebraucht. Das heißt, wir haben jetzt sechs Mehl hergestellt. Ich habe doch nur zwei jetzt gemacht, oder? Kommen da mal drei Stück raus? Ein Wels ist, glaube ich, auch nicht so günstig. Aber na gut. Ich meine, Hauptsache, ne? Wir können ein bisschen länger arbeiten. Ja, dann würde ich aber trotzdem sagen, dass wir für heute erst mal... Oder gehen wir doch noch mal in die Mine? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde, aber ich würde schon gerne... Ähm... Noch mal gucken, dass ich noch die letzten zwei... Wofür wollte ich denn? Achso, wegen dem Trank, genau. Dass ich noch die letzten zwei Kupfer bekomme. Ich schaue mich in der Mine noch mal so ein bisschen um. Ich schneide das dann aber raus, damit es nicht zu lange ist. Ich meine, ihr wisst ja, wie es in der Mine aussieht. Und... Ja, wie lange das teilweise dauert. Bis man Kupfer gefunden hat. Und... Ja, ja, ja. Ist gut. Da können wir direkt noch mal gucken, wegen dem Stärkungstee. Doch, der war aber okay. Nehmen wir direkt schon mal zwei davon. Tee ist immer gut. Natürlich ist das erste... Achso, das war das, was ich angefangen hatte, oder wie? Ich weiß es nicht so genau. Ähm... Oh, da haben wir direkt schon mal einen Kupfer. Nein! Nein! Geh weg! Nimm das, was du da gerade... Oh! Ich glaube, takt! Moment, wieso? Ach, ich hab jetzt... Ach so! Ja, dann schneide ich das doch nicht raus. Haha! Also, falls ihr jetzt nicht verstanden habt, was ich jetzt damit meine, weshalb ich ja gerade so begeistert bin, wir haben ja jetzt die, ähm, die Kupferaxt. Und anstatt dreimal drauf zu hauen, müssen wir jetzt nur noch einmal drauf hauen. Trotzdem kriegen wir jetzt die ganze Zeit nur dieses blöde Eisenherz. Also, ganz so begeistert bin ich jetzt gerade nicht. Aber gut, immerhin haben wir letztendlich dadurch ja auch viel weniger Ausdauer, die wir verbrauchen, ne? Also, das ist schon, das ist schon richtig klasse. Oh, ich wollte gerade sagen, ich schneide es dann raus, aber dann haben wir doch endlich noch was Kupfer bekommen. Haha! Na gut, dann mache ich mich jetzt erst mal wieder aus der Höhle heraus. Und würde sagen, dass ich für das letzte bisschen, was ich jetzt noch hier habe, weil danach machen wir dann nur noch, ähm, die Sache mit dem Trank. Und gucken, ob ich das schaffe, den jetzt so wegzumachen. Auf jeden Fall können wir den jetzt wegmachen. Uh, da kommt ja schon viel raus. Oh, okay. Also, da kommt schon viel raus aus so einem großen, muss ich sagen. Aber es dauert doch ziemlich lange, bis man den erst mal wegkriegt. Ich hoffe, der bleibt so, wenn wir schlafen gehen. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass das nicht bleibt. Aber gut, dann haben wir die zwei Sachen auf jeden Fall auch schon ausprobiert. Ach so, wir müssen ja erst noch mal kurz zur Smidin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, das könnte eine Holländerin sein, wenn die einen anderen Akzent hätte. So von der Optik her irgendwie. Finde ich irgendwie lustig. Ähm, ja. Kupferbarren. Einmal herstellen. Zack. Zack. Und dann gucken wir, dass wir den Trank machen. Den können wir heute nicht mehr machen. Ich habe mich da eben vertan. Weil der, glaube ich, über acht Stunden oder sowas dauert. Denke ich mal. Äh, Moment. Nee, das war Knochenmehl, Calciumpulver. Nee, das war hier unten, ne? Lauf doch mal dahin. So, Kupferessenz. Nein! Oh, ich bin so selten dämlich. Ich muss mal so Einspieler irgendwie holen. Das wäre ganz gut. Ach nein. Ich habe irgendwie die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass wir einen Kupferbarren brauchten und keinen Kupfererz. Och, jetzt bin ich aber... Jetzt bin ich so sauer, dass ich ins Bett gehe. So. Okay. Ich würde sagen, neuer Tag, neues Glück. Ich werde mich erst mal schlafen legen hier im Spiel. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann wahrscheinlich erst mal damit anfangen werden. einen Kupfer erst zu besorgen. Oder ich werde es rausschneiden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil das ist natürlich auch langweilig für euch immer dabei zuzusehen, ob da jetzt Kupfer rauskommt oder nicht. Ja. Und dann mal schauen. Wir haben auf jeden Fall einiges jetzt noch, was wir an Stärkungstrank haben. In der Hoffnung, dass wir nicht so viel davon brauchen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Should I go to bed? Ah. Tui. 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 Tui.